Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele heute tatsächlich ein bisschen mit der SAR 87, eine Waffe, die man vielleicht nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Das Ding ist aber ein verdammtes Biest, gerade nach dem letzten Update. Seit dem letzten großen Patch sind einige LMGs verbessert worden. LMGs in MW haben eine kleine Schussverzögerung, das heißt, wenn man auf die Schusstaste drückt, dann dauert es einen kleinen Moment, bis die Waffen schießen, bei den meisten auf jeden Fall. Und bei der SAR wurde diese Schussverzögerung von 100 irgendwas Millisekunden auf 0 reduziert. Das heißt, wenn man drückt, schießt das Ding sofort und das macht schon Spaß. Das heißt, falls ihr eine Grau- oder M4-Pause braucht, dann testet die SAR mal aus. Ich glaube, ihr werdet Spaß damit haben. Ich habe auch eine geile Runde. Er spielt zusammen mit Gustav und mit Ambrod. Die gucken wir uns gleich an. Davor mal eine Klasse. Ich habe natürlich wie immer den Monolith-Schalldämpfer mit dabei. Ohne, glaube ich, spiele ich Wausern wirklich gar nicht mehr. Ich habe als Lauf den 18,2-Zoll-Lauf mit am Start. Da wird die Zielverrichtungsgeschwindigkeit besser und das Bewegungstempo, was ich extrem angenehm finde. Die Rückstoßkontrolle wird ein bisschen schlechter. Also der Rückstoß nimmt zu. Ich finde aber, die Waffe hat nicht wirklich viel Rückstoß. Das geht auf jeden Fall klar. Dann habe ich ein 60-Schuss-Magazin mit dabei. Das gemusterte Griffband, damit ich schneller anwissieren kann und damit das Sprinten zum Feuern-Tempo besser wird. Damit ich eben mit dem Ding auch ein bisschen reinpushen kann und schön schnell bereit bin nach dem Sprint. Damit spielt sich die Waffe auch extrem angenehm, finde ich. Und dann habe ich noch das GI-Mini-Rot.VC mit dabei, damit ich die Gegner gut spotten kann. Und das ist das Setup, mit dem ich losgezogen bin. Und es hat auf jeden Fall was funktioniert. Bevor wir ins Gameplay springen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr weiterhin Call of Duty-Videos sehen wollt. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's ab. Wartet auch aufs Ende, da passiert was. Habe ihn genockt. Habe ihn gefinisht. Oh, und Haupteingang unten. Einer hoch an der Treppe. Genockt. Schönes Ding. Einer dann noch. Oh mein Gott. Raketen und C4 und alles. Ich muss kurz warten, bis ich... Nice. Habe ich gefinisht. Ich bin tot. Ich komme runter. Ne, 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 ne. Ich schaffe mir. Er ist... Die sind wiedergekommen. Uh. Okay. Ja, irgendjemand von denen wurde wiederbelebt und landet. Ja. Ja, ja. Hinten wieder. Tot. Let's go. Äh, Auto von Westen. Ja, also bei deren... Ich glaube, die wollen auch hin. Ja. Eine ausgestiegen. Na, er fährt wieder weg. Äh, warum fährst du wieder weg? Äh, schade. Okay, guck mal, wir machen einen Loot. Ah. Endlich eine Waffe. Äh, der rennt hier rum. Der landet hier, hä? Shitbreak, K.O. Hat er getötet. Was hat der denn jetzt gemacht? Und wo sind seine Mates? Weiß ich nicht, vielleicht war das der... Ah, nee, sorry, sorry, sorry. Das war ein Straßenschild, was ich da gesehen habe. Aber es bewegt sich. Und noch ein, äh, noch ein Auto. Äh, ein kleines. Hier bei mir. Ist das wieder der vielleicht? Das ist wieder der. Was hat der denn jetzt gemacht? Drei Leute, okay. Keiner Kaufe davon. Nice, ja, dann, äh, pushen wir mal doof hin. Äh, okay, ich hab ihn getötet bekommen. Das hat keinen Sinn ergeben eigentlich. Naja, die haben halt, äh, gedacht, wir lassen ihn einfach liegen. Haben ihn verkauft. Ich glaube, auch ein paar sind nach hinten weg, nämlich. Nee, jemand anderes muss den, äh, gefinisht haben. Äh, hier, hier, hinten? Hinter diesem Gebäude? Genau, die waren hinter der, hinter der Wand sogar eigentlich. Okay, ich push mal in den Stein. Einer Schildbreak. Einer K.O. Let's go. Einer ist ziemlich angehittet. Ich weiß nicht, wohin ist. Irgendwo rein wieder. Einer geflasht. Alles rot, alles rot. Nice. Schönes Ding. So, dann schauen wir mal. Ah, schau an. Hallo. Hallöchen. Also, ich push jetzt mal zu den Garagen rüber. Ja, ich merk's. Ja, weil, Max ist los und dann dachte ich, okay, geht's los. Ja, der, der bewegt sich wahrscheinlich zu der Bystation hin. Oh, vielleicht holt er seine Mates und dann können wir die auch holen. Ja, lass ihn dann erstmal machen, ne? Oder, habt ihr gesehen, wie viele das sind? Nee, ich hab noch nicht eine Person gesehen. Okay. Ah ja, das ist safe Bystation, ja. Leiser. Markiert? Okay. Ich schieß noch nicht. Also, das würde ich jetzt einfach Max überlassen, wenn er den snipen kann. Aber ich seh keinen. Ich bin im Gelben, ich schau mal, ob ich von oben irgendwie... Oh, er nimmt's Auto. Äh, ja, er fährt weg. Ich hab gar kein Gesicht hier. Ach, schade. Oh Mann, lass dich doch killen. Was ist das denn hier wieder? Neben mir, seiner. Ist der in dem Haus? Der ist direkt neben mir. Könnt er, könnt er finishen, gönnt euch. Hä? Hat absolut kein Schild mehr. Hab ihn, ja, alleine. Okay. Junge, der stand einfach neben mir plötzlich. Also, manchmal checkt man's auch einfach nicht, ne? Und, äh, im Norden. Roter Punkt. Da könnten wir hinpushen. Jo. Bin mir nicht ganz... Das war hier irgendwo. Ja, der Sniper. Oh ja, da snipet einer. Team, Team von runter. Okay. Dann geh ich so ein bisschen links. Oh ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gut geht es. Absolut nichts gesehen. Ich hab den auch getroffen. Schön, schön, schön. Helikopter. Oh mein Gott, die machen mir Angst. Die haben mich jetzt aber im Blick. Oben ist noch ein Sniper. Ey, okay, die steigen aus aus dem Helikopter. Ich finish den. Der ist, der... Einer gut gehittet beim runterfallen. Okay. Helikoptertyp ist K.O. Hier bei mir einer. Shitbreak, K.O. Oh mein Gott. Ich muss erst mal nach dem Helikoptertyp gucken. Der ist nur K.O. gewesen. Ja. Ich hab einen gefinished von denen. Der ist immer hier. Hast du deinen Jakob, oder was? Ich hab einen, ja. Ich hab nur Angst, dass da noch mehr sind. Ja, auf dem Berg ist halt irgendwie der Sniper noch. Okay, ich push zurück. Der kommt da, Typ ist tot. Ach so, ich hab dann noch einen. Ja. Also ich hab nur einen rausspringen sehen. Ja, ich auch. Das heißt, der letzte ist wahrscheinlich wirklich noch oben irgendwo. Na. Ja, der ist auf jeden Fall jetzt noch tot. Der wird wahrscheinlich... Ja, dann das hoch, oder? Oh, was für ein Runde, Junge. Ich bin dafür, dass wir dann hoch pushen. Gute ganz kurz den Typen, dann komm ich durch. Und wir müssen jetzt endlich mal zu einem Shop eigentlich. Was denn da los? Ja, das wäre am Idealsten, ne? Was ich wohl mal selbst wieder beleben. Ja, Sniper irgendwo, ne? Ah ja, ähm, ist immer noch Nordosten. Ganz weit oben. Ja, Hedgehog ist Hedgehog. Ah, ich hab ihn gesehen. Ja. Ist markiert. Top. Paar Hits, paar Hits. Komm her, kleiner Schlawiner. Lass dich bitte killen. Schon ein bisschen links rum. Oh, hier kann man mit dem Berg nicht richtig seitlich laufen. Das ist ja richtig shitty. So, wo bist du? Ah, ich seh ihn, ich seh ihn mit seinem Köpfchen. Hab wieder Hitmarker, also. Den hab ich gesteilt. Sorry. Warum steht, also ich hab den Kill bekommen. Ah, okay, perfekt. Ich dachte schon, weil der hat eine Kugel noch geschluckt und das war's. Ich hab mich schon kurz schlecht gefühlt. Hier oben ist jetzt eine ARX. ARX. Wir könnten unser Ziel relativ gut abfangen. Alter, ich hab so Bock, den jetzt noch zu ruhen. Weil die halt mit... Oh, direkt vor mir landet jemand. Okay. Der ist in ein Restaurant reingeflogen. Ähm. Restaurant. Ich muss das landen von irgendwo. Okay. Rückzug und Max holen. Wenn's geht, auf jeden Fall, Mann. Ja. Oh, schade, okay. Wir haben genug Geld. Von Berg oben. Also mehrere. Okay, ich geh ein bisschen links rum. Ich muss noch ein Stück vorpushen, ich hab noch keinen Blickkontakt. Oh, Zone kommt auch, shitty. Na, komm, halt hoch, kletter doch, Mann. Die schau mal von da oben. Die ganzen Steine. Ich hab sie ein bisschen getroffen, aber wenn ich... Dämme ich sie gar nichts. Kannst du noch mal markieren, falls du uns siehst? Dahinter. Achso, so nah schon. Ja, und einer oben noch vor sich. Der snipet, der oben. Okay. Wo ist denn der oben? Ich wurde gesnipet aus dem Himmel, alles klar. Gar kein Bock mehr. Einer oben am Dach. Oh, schon so weit. Ein paar Hits. Ja, gut gehittet habe ich ihn, aber natürlich nicht killen kann ich. Ach, Leute. Mitten auf der Straße Nordwesten. Ja. Ein paar Hits. Kannst du den schnell holen? Ich hab dir Geld hingelegt. Achso, ja. An die Baystation. Ich dachte, du hattest genug. Nee, leider nicht. Oh, er ammt mich ab. Auf der rechten Seite ist nämlich auch noch einer. Max, wir holen nicht, wir holen nicht, wir holen nicht. Keine Angst. Der ist hier rechts rum. Chipbreak, K.O. Einer. Nice. Der andere hier unten drin. Die Baystation ist gleich nicht mehr drin. Hab ihn. Schönes Ding. Sehe ich auch so. Okay, perfekt. Max, ich lasse dich seine Waffe. Oh, snipes nochmal von irgendwo. Ich geh mal runter hier ins, äh, in die Schlucht, äh, ins Tal. In den Fluss. Keine Ahnung. Dings. Äh, der ist oben auf dem blauen, ist einer, der snipet. Also direkt bei uns. Ja. Auf diesen, äh, auf der Apotheke. Ich muss mir den Callout mal angewöhnen. Ja, der hat von, von Bergsnipe hier an. Shitbreak einer. Reicht, oder? Also von Grün hat es mich angesnipe. Ja, genau. So, als müssen es halt sich halt eigentlich auch bewegen. Die Runde, Junge, die werden wir noch irgendwie klatschen. Jakob, hast du noch Schilder zum Droppen? Ja, hab ich. Ganz schnell vorbei, ne? So, ich mir ein schnelles Sniper. Hau mal einfach auf den Boden, wenn du auch noch kannst. So, jetzt hab ich noch Sniper. Okay, ich post mal zu diesen Steinen hier. Ja. Wo soll ich jetzt Geist holen, trotzdem wieder? Ja, wie du willst. Mach, wie du meinst. Okay, dann gehe ich. Okay, hier einer. Wollen wir hin, oder was ist der Plan? Nee, absolut nicht nach außen. Also, da ist ja nichts. Wenn du da erwischt wirst. Ja, ich bin halt, okay, gierig. Ich will die halt haben. Die nerven mich sonst sehr. Ich hab's absolut recht. Du hast absolut recht, ja, ja. Hier ist, hier ist so eine schöne Ridge, auf jeden Fall. So, du kriegst erst mal zack, K.O. in dein Köpfchen. Nice, Mann. Mann, fertig. Ich weiß leider nicht, wen du magst, aber... Ja, du wolltest dich grad wieder überleben. Ganz dahinten. Ich wollte ihn sein lassen. Schön. Hey. Nice. Ja, das sind sie nämlich. Easy. Oh, dann ist es nicht. Es kann sein, dass in Südwest noch irgendwie welche reinkommen. Musst du aufpassen. Ja, ich geh nochmal hier hinter die Mauer und guck. Ja. Oh, direkt neben uns. Oh Gott. Hier hinter. Okay. Ganz ganz close. Zwei. Wie close sind die? Einer K.O. Nein, der andere ist da lange dran. Nur K.O. aber. Macht der wieder mal eben im Modus, oder? Sicherlich. Andere Schildbreak. Noch einer K.O. Noch einer K.O. Wait, what? Wieder K.O. halt. Nochmal einen. Da hinten ist gerade einer rüber gelaufen. Hinter dem Laster. Hinter dem Laster. Okay. Hab sie. Lol. Also da, wo ich markiert hab, blaue Warnbecke. Okay. Ich hab halt auch noch Angst vor denen hinter uns. Dann würd ich gern nochmal ganz kurz gucken. Nicht mehr viele. Ja. Gegner. Wo sind die Gegner? Okay, links war noch einer. Links bei diesem Waggon, der da einfach einsam steht. Ah, ich snipe ihn. Wo denn? Shipbreak, shipbreak. Ich weiß nicht, wo ihr meint. Der ist hinter diesem Stein. Im Süden kämpfen auch irgendwo Leute. Ist da denn noch einer? Ich hab echt Angst vor denen im Süden. Ja, du hast von der anderen Seite getötet. Gut, da kommt jetzt die. Da kommt jetzt aber die Zone. Habt ihr den jetzt links, oder was? Ich hab's nicht kapiert. Ich hab nur den, der down mal geholt. Ja, dann wurde von der anderen Seite irgendwo getötet. Okay. Oder downed wir auch nicht. Oh, ja. Sind die? Hab ich jetzt angesniped? Ja. Weißt du von wo? Oh mein Gott. Von dem Hauz, ja. Oh, der hat gut gesniped. Uh. Du hast du kassiert. Absolut, du hast du kassiert. Okay. Mono. Äh. Kassiert. Er hat eine Granade. Kassiert. Einer pusht. Shipbreak. Okay. Einer genockt. Äh, einer gefinisht. Oh. Der andere hat mich fast. Shit. Äh, wie kann er mich denn sehen? Oh, weil ich wiederbeleben wollte. Also, wenn wir das grad verloren haben. Der hat hackt. Der hat hackt. Der hat hackt. Der hat hackt. Hackt. Die regen mich so auf, die Hacker. Monop influence. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.